Moin, Kollege. Jungs, Bails, wenn ich noch eine Genderscheiße auf meiner Folie-Page sehe, habe ich mich entschlossen, mein Genital abzuschneiden und zu dem Ultimativen über Kosmos wesen zu werden. Moist Prime. Ich frage, Digga, in welchem Crackhaus war er da, als er diese Guten-Morgen-Story gemacht hat? Ich habe keinen Plan, Bruder. Ich bin einfach aufgewacht und war da. Ich war einfach mit dem Träck in H1. Ich bin einfach mit der Kopf und zu vorgesehen. Chüßt, Träck. Ich werde dir kann noch ein beschützen Digga Das war's man Psychologie Video ist auch fertig Ich gehe jetzt pennen Die Nase wird immer größer Digga